Jetzt muss ich doch nochmal draufhalten. Wir haben hier den ersten Infiltrierbrunnen angeschlossen. Das heißt, den ersten, den ich jetzt nach dem Urlaub sehe, der angeschlossen ist. Vielleicht sind noch viele andere auch schon angeschlossen am Infiltrierbrunnen, der eben unterm Steuergerät liegt hier, Steuerkasten. Und hier hat die ENBW noch einiges vor mit den Fernwärmeleitungen. Ciao!